ja da ist noch jemand linke seite habe ich was gehört geil alter im typen so richtig weg brassen i like that shit warte ich muss nachlauen war im tod erstmal hier gucken ok jetzt keiner ne ok dann gucken wir mal hier rein hallo sieh keine kopfgeldjäger kollege ok er hat sein ganzes leben ja wir haben alles von ihm schrott gemacht krass man ja wir müssen die leichen hier raus schauen wir schon richtig ja ja man kommt schon wir haben halt einfach so viele leute getötet alter holy shit wir müssen die ganzen leichen jetzt raus mit denen reden konnte man ja nicht da schießen wir ja voll den ihr ding na komm mal her du toter mal gucken ob man die aufs balkon werfen kann oder so und er holt die anderen dann passt auch so fast bei die mission wir haben die krokodile wieder was zu fressen würde ich sagen dann ich glaube wir müssen nicht alles machen ok da kommen sie alle willkommen home holl oh my humble abode we got fine livin nor the courses in the alligators it's paradise Ich liebe es! Miss Grimshaw, Mr. Pearson, würd ihr zwei sehr schönes werdet ihr magisch? Arthur. Geht mit mir? Natürlich. George? Ja? Nicht jetzt. Come on, Arthur. I'd say my Dutch. Can you believe that girl? All I've got going on and she wants to talk. Everything okay with you two? I got far more important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. Alright. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Few loose ends. Nothing major. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back. Whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places. Maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. And what about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families. Losing Sean. I see things differently now. For a long time, I truly believed a paradise lay somewhere in the west for us. But I just... Don't know anymore. So, we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Naja, wir haben fast 3000 in der Kasse. Mal gucken. Okay, there she is. A real city. The future. Heftig. Big cities. They're always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Schon heftig, ne? Kapitel 4. Saint Denise. Das Ding ist halt einfach... Wir waren ja hier auch schon in der Stadt. Offene Rechnung. Hier gibt's ja auch noch Pferde, aber so eine Stadt ist schon anders, ne? Mit der ganzen... mit der S-Bahn Zeug und so. Ich will mal was schauen. Wir werden jetzt bald mal ins Theater gehen und uns mal eine Aufführung reinziehen, aber erstmal möchte ich gerne zum Friseur. Und da vorne will ich auch nochmal hin. Gucken wir mal was hier so ist. Im Saloon. Wir hören uns hier erstmal um. Der ist doch Dutch der, gell. Ja. Ja. Sehr lustig, Dutch. Oh, ich dachte so. So, hier sind wir in einem strange Land von Papisten und Rapisten. Die ganz eigene Gomorra. Die Stadt ist alles gleich mit mir. Also, wie geht's dich? Ich habe mich gefragt, über Mr. Bronte. Und von dem ich gehört habe, dieses Stadion ist unsere beste Leid. Aber ich habe noch keine Glück in da so weit. Also, ich würde es nur ein Schuss geben. Ich glaube, so. Aber einfach so. Du kennst mich? Ich will dich hier oder nicht. Hier ist eine neue Gang rum in der Stadt. Ich höre, dass sie ein Mann sind. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn gesagt, es gibt einen Mann, ich habe ihn gesagt, das für dich ist der Stadt der Le Mohn. Ja, denn die kleine Grenzen sind so lecker. Das ist das Grund, warum wir den Himmeln haben. Und das ist das Grund, warum wir es lieben. Gebet und gefertigt sind. Ich entschuldigung, bitte entschuldig. Ich bin ein paar Einstädte, ich habe, viele Einwanderbeider zu haben. Jetzt. Wie kann ich eine Hilfe sein? Sie sehen wie ein Wüßke. Das ist sicher. Ich kann. Aber was ist das nicht? Dollar bitte. Für ein Whisky? Oh, das ist die reale Sachen. Von Scotland. Zoller, Alter. Du und deinem Freund, der hier vorhin war. Bronte! Angelo Bronte? Mr. Big, Mr. Italien, Spaghetti-eaten, lang, Strico-piss, Big. Hey, he makes my skin quiet. I'm some squalier cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you talk to them kids in the alley, they'll know I get it. Fuck in der Gasse nach Bronte? Ja, ja. Gehen wir mal in die Gasse. Quatsch mal mit irgendwelchen Händen. Da sind sie. Da sind sie. Hey! Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italien. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What'll cost? I reckon I can pay. Five dollars. Where's he live, New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. Nice pipe right here. Come on. This way. Let's go, mister. You coming, Cleet? Stay close. Easy get lost around here. Come on, then. Ja, ja. Quatsch mir nicht voll. Bänge. Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Okay. Now over here's a real piece of art. That's the church of the holy blessed virgin, mister. Model on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but, uh... Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Hey, hey! You little pair of shits! Let's go! That fella looked angry. You give that back! Kleiner Wichsbengel, alter. Komm her, sonst baller ich dir deine scheiß Fresse weg. Hoffentlich wirst du von der S-Bahn überrollt. Bye, mister. Wir werden gleich mal sehen, wie weit du weg kommst, du kleiner Kackhaufen. Ja, ja, das werden wir noch sehen, du kleiner Wichsbengel. Boah, den erschieß ich den Bengel, alter. Mal gucken, wie weit der Zug kommt. Irgendwann muss der auch anhalten. Hier krieg ich den kleinen Bengel. Ich lass mir aber durch die Tasche von dem Arschloch glauben. Thanks for the help, friend. Ich glaub, der ist hochgegangen. Was ist der kleine Bastard? Wo ist der kleine Bastard? Wo ist der kleine Bastard? Okay, hier ist er nicht. Wo ist der kleine Arschloch? Wo ist das kleine Arschloch? Der kleine Arschloch ist tot geritten. Der kleine Junge geht mir voll auf den Sack, alter. Läger, der kleine Ostensgerät? Oh ja, der kleine Strecke. Also, der kleine Astros, die andere immer so gutètres. Wolle erst hier ist ein Spreakstar. Wir machen uns nicht nur viel mehr zu sehen, wie nichts. Das ist ein Spreakstar. Aber wir wollen sich ein Spreakstar, Sie Mol Misch.